Wo auf der Welt lässt es sich am besten feiern? Das DJ Mag hat wieder sein Ranking der besten Clubs weltweit veröffentlicht. In den obersten Plätzen befindet sich auch ein deutscher Club. Das Kölner Bootshaus landete auf Platz 6. Das Berliner Berghain erreichte nur noch Platz 16. Weitere deutsche Clubs sind das Watergate auf Position 38 und der Tresor auf dem 72. Rang. Am besten lässt es sich offenbar auf Ibiza feiern. Das High Ibiza belegt zum zweiten Mal in Folge den ersten Platz. In den Top Ten sind zudem die Clubs Ushuaia Ibiza sowie Amnesia. Insgesamt liegen 44 der 100 Clubs in Europa. Das Land mit den meisten Clubs in den DJ Mag Top 100 sind mit 19 Locations die USA. Die meisten Neueinsteiger kommen aus Asien. Zehn der Clubs liegen in Südamerika, sechs davon in Brasilien. Der afrikanische Kontinent schafft es mit zwei Clubs in die Liste, Australien mit einem. Untertitelung der Bühneinsteiger 1. Untertitelung des ZDF, 2020